...heben wir für einen Notfall auf. Aber das hier ist doch ein Notfall. Wir müssen sie erst in den Waggon kriegen, sonst können wir den Akoma nicht fahren. Wir verschaffen uns etwas Zeit, indem wir so tun, als würden wir mitmachen. Das heißt? Okay, Prime Queen, du hast gewonnen. Ich gestehe. Du hast recht, Cat Noir und ich sind zusammen. Das ist wahr. Und wir sind verliebt. Hast du etwa gerade geschnurrt? Äh, nein.